Ja, das Badehaus war genau wie der Name sagt, ein Badehaus und das wurde, wenn ich mich nicht irre, einmal in der Woche beheizt und geöffnet und das war freitags. Da sind viele, die meisten der Familien, dorthin zum Duschen oder auch in der Badewanne zu baden und ich mit meinem Vater auch und ich kann mich eben an die Duschen erinnern, schönes warmes Wasser. Es war eine angenehme Zeit.